20 Tipps für bessere Vocal-Aufnahmen Teil 2 und wenn du dich auch für die technische Seite von besseren Aufnahmen bei Vocals und Rap interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die großen im Radio und nachdem wir letzte Woche ja schon 10 von 20 Tipps durchgesprochen haben für bessere Aufnahmen bei Gesang und Rap, wollen wir heute zum zweiten Teil kommen. Letzte Woche ging es ja eher darum um das, was vor dem Mikro stattfindet, wo man das Mikro aufstellt und so weiter. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir das Video hier oben nochmal einblenden. Heute soll es mehr um den technischen Teil gehen und vorab schon mal gesagt, falls du zwischendurch feststellen solltest, dass dir dieses Video ganz gut gefällt, dann zeig es mir doch über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video und falls du auch feststellen solltest, dass dir insgesamt der Inhalt von meinem Kanal gut gefallen sollte, dann würde ich mich freuen, wenn du auf den Abo-Knopf drückst und wenn du dann auch kein Video mehr verpassen möchtest, dann klick schnell auf die Glocke und dann kriegst du auch einen Hinweis, wann das nächste Video rauskommt. Zum Beispiel nächste Woche, wenn ich wieder mal ein Live-Video mache. Da gibt es dann immer einen Hinweis für die Abonnenten, damit man das auch nicht verpasst. Kommen wir aber heute zum technischen Teil. Da starten wir direkt mit einem relativ schwierigen Thema, denn wie nimmt man eigentlich das Ganze auf? Mit welchem Format würde man das aufnehmen? Es gibt ja viele verschiedene Philosophien zum Thema Sample-Rate und Bit-Tiefe. Darum geht es nämlich auch um die Bit-Tiefe und falls du nicht weißt, wovon ich hier gerade rede, möchte ich es dir kurz erklären. Wenn das Signal von der analogen Welt, also von der Welt, in der ich jetzt gerade rede, in die digitale Welt übertragen wird, dann wird ja ein Digital-Analog-Wandler, ne umgekehrt ein Analog-Digital-Wandler, also ein Wandler, der das analoge Signal in die digitale Welt überträgt, der muss das Signal abtasten. Und das macht er mit ungefähr 44,1 Kilohertz, also 44.100 Mal pro Sekunde wird das Signal abgetastet, wenn du mit 44,1 Kilohertz aufnimmst. Es gibt auch höhere Sample-Raten, mit denen das Signal dann häufiger pro Sekunde abgetastet wird, aber bei einer CD zum Beispiel reichen völlig 44,1 Kilohertz aus. Und ich ehrlich gesagt, weil das Zielformat ja immer 44,1 Kilohertz ist, nehme auch immer mit 44,1 Kilohertz auf. Daneben gibt es aber noch den Begriff der Bit-Tiefe. Die Bit-Tiefe ist bei CDs 16 Bit, so haben wir früher auch aufgenommen. Mittlerweile sind die Wandler aber besser geworden, deswegen ist der Tipp heutzutage mindestens mit 24 Bit aufzunehmen. Jetzt musst du dir natürlich erstmal die Frage stellen, warum denn Bit-Tiefe, was bedeutet das denn? Ich weiß, dass ich mit 44,1 Kilohertz aufnehme, aber was bedeutet die Bit-Tiefe? Wenn du dir mal vorstellst, dass das Signal 44.100 Mal pro Sekunde abgetastet wird, dann wird das ja jedes Mal, wird so ein kleiner Snapshot, ein kleiner, ein kleines Foto quasi im übertragenen Sinne an diesem einen Punkt gemacht, aber das 44.100 Mal pro Sekunde. Dieses Foto kann natürlich jetzt eine bestimmte Auflösung haben. Stellen wir uns mal vor, du nimmst ein altes Handy von vor zehn Jahren, dann hat das natürlich eine deutlich schlechtere Auflösung als zum Beispiel ein Handy oder eine hochprofessionelle Kamera wie die, die gerade vor mir hin und her fährt. Und dementsprechend ist die Auflösung natürlich eine andere und auch der Dynamikumfang und der Rauschumfang von diesem Signal ist natürlich anders. Übertragen bedeutet das, wenn du mit 16 Bit aufnimmst, dann hast du einen Dynamikumfang von ungefähr 96 Dezibel. Bei 24 Bit haben wir den Dynamikumfang von 96 Dezibel auf 144 Dezibel vergrößert. Das heißt, das Signal wird deutlich feiner abgetastet. Die Samplefrequenz ist immer die gleiche, aber die Abtastung, die Auflösung von diesem Signal, was abgetastet wird, ist deutlich größer. Mit anderen Worten, du kannst Signale im 24-Bit-Bereich, wenn du sie so aufnimmst mit dieser Bit-Tiefe, problemlos auch aus den leiseren Passagen nach oben anheben im Pegel, ohne dass du dir einen zusätzlichen Geräuschteppich mit einhandelst, der dann durch die digitale Wandlung dazugekommen ist. Wohlgemerkt, wir reden hier nicht über Preamp-Rauschen, über Verstärkerrauschen, über Kabelrauschen, über sonstiges Rauschen, was du dir über ein Mikrofon einfängst oder was du hier gerade gehört hast, hier ist ein Auto vorbeigefahren. Über solche Sachen reden wir nicht. Wir reden lediglich über Störgeräusche, die durch die Digitalwandlung zustande kommen. Dieser Bereich wird auf jeden Fall bei 24-Bit-Tiefe deutlich irrelevanter und dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall mit 24-Bit-Tiefe aufzunehmen. Wo kannst du das einstellen? Ganz einfach, wir gehen mal kurz in die DAW. Ich habe hier gerade einen Song auf, aber wenn ich hier mal einen neuen aufmachen würde, dann würde ich jetzt hier einfach einen neuen Song wählen. Und dann kannst du hier bei Studio One, und das wird sicherlich bei deiner DAW nicht anders sein, kannst du hier schon auswählen, mit welchem Format das Ganze aufgenommen werden soll. Und hier ist halt zu empfehlen, die Sample-Rate, die du dir aussuchst, wenn du es ein bisschen feiner haben willst, kannst du natürlich auch eine höhere Sample-Rate wählen. Ich mache meistens 44,1 Kilohertz und bei der Auflösung eben 24-Bit, damit ich den vollen Dynamikumfang dann auch nutzen kann, der da zur Verfügung steht. Mehr musst du gar nicht machen, wenn du den Song dann anlegst, zack, dann ist das schon alles fertig, schon fertig eingestellt und dementsprechend brauchst du da nichts weiter zu beachten. Also, mein erster Tipp, mit 24-Bit-Bittiefe aufnehmen. Und wenn dir das zu kompliziert ist, dann würde ich dir empfehlen, das vielleicht nochmal in Ruhe alles nachzulesen, denn ich habe das in meinem Blog schon mal vorbereitet, nochmal einmal runtergeschrieben und da kannst du das ganze Thema dann nochmal ausführlich nachlesen. Unter recordingblog.com kannst du dir das Ganze nochmal in Ruhe zu Gemüte führen und auch nochmal später nachgucken, wenn du dieses Video schon längst vergessen haben solltest, kannst du dir einen Link hinterlegen in deinem Lesezeichen und da kannst du nochmal nachlesen, wie es genau mit den 24-Bit-Bittiefe, was es damit aufsichert und warum es sinnvoll ist, damit aufzunehmen. Also, erster Tipp, 24-Bit-Bittiefe. Als nächstes geht es darum, mit welchem Pegel nehmen wir denn eigentlich auf? Wir haben ja letzte Woche das Mikrofon aufgestellt und jetzt geht es darum, mit welchem Pegel nehme ich denn eigentlich auf? Denn was wir zum Beispiel nicht wollen, sind ja Verzerrungen bei der Aufnahme. Die kommen normalerweise zustande, wenn du das Signal zu heiß in deinen Preamp reinfährst und der Analog-Digitalwandler dann die 0 dB überschreiten würde. Kann er nicht, also schneidet er das Signal oben ab und dementsprechend würde das dann ein verzerrtes Signal zum Ergebnis haben. Das wollen wir nicht. Mit anderen Worten, der Pegel sollte nicht zu hoch sein, damit du diese Linie von 0 dB oben nicht reißt, sollte aber auch nicht allzu niedrig sein. Aber da kommen wir jetzt wieder zurück zu der Bit-Tiefe, die ich gerade erzählt habe. Früher, als wir mit 16 Bit noch aufgenommen haben, da war es extrem wichtig, dass du möglichst nah an diesen 0 dB, an diesem Maximum oben aufnimmst, damit du eben den Abstand zwischen Nutzsignal und Geräuschteppich möglichst weit auseinander hältst. Wie gesagt, unten bei 96 dB war das Grundrumpeln von dem Wandler und oben sollte das Nutzsignal sein und die Differenz sollte möglichst groß sein, damit du dir eben keine Störgeräusche einfängst bei der ganzen Aktion. Bei 24 Bit sieht das völlig anders aus. Wir haben einen großen Dynamikumfang, mit dem wir arbeiten können, dass das Analog-Wandler-Gerumpel ist weit weg und dementsprechend kannst du hier ganz gemächlich mit einem sehr konservativen Pegel aufnehmen. Und das würde ich dir auch empfehlen. Ich würde empfehlen, dass du dir einen Pegel einstellst in Maximalpeaks von deiner Stimme, die du aufnehmen möchtest, bei ungefähr minus 12, maximal minus 9 dB. Dann hast du genug Platz, genügend Headroom, wie man auf Englisch sagt, genügend Platz zwischen der maximalen 0 dB Aussteuerung und dem, was du am lautesten aufnimmst, um auch wirklich jegliche Pegelspitzen abzufangen, die vielleicht bei der Aufnahme passieren können. Und das Einstellen kannst du natürlich bei einem USB-Mikrofon, bei einem USB-Interface wie diesem hier vornehmen, indem du hier am Preamp einfach den Regler hier regelst und dann dafür sorgst, dass du hier den Pegel so einstellst, dass hier im Prinzip die LED hier nicht in den roten Bereich reingeht. Hier ist mein Mikrofon, das du jetzt gerade auch hörst, ist auch angeschlossen. Das heißt, wenn hier die grüne LED ausschlägt und ich hier mal laute Pegel reingebe, hey, siehst du, dass es hier schon rot wird. Also müssen wir runter regeln, hey, 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 so dass es eben nicht in diesen roten Bereich reingeht. Und damit du es noch ein bisschen präziser haben kannst, solltest du das Ganze natürlich noch an der DRW überprüfen. Mit anderen Worten, wir gehen mal rüber auf die DRW und gucken mal. Und hier kannst du sehen, dass hier auch der Ausschlag von meinem Mikrofon ist. Und der sollte jetzt bei den Pegelspitzen ungefähr bei minus 12 dB bei den lautesten Stellen rauskommen. Bitte beachte bei der ganzen Geschichte, dass wenn du einen fremden Sänger aufnimmst, dass er beim Soundcheck in den seltensten Fällen seine lauteste Stelle tatsächlich rausholt. Man ist noch relativ entspannt vor der Aufnahme, deswegen achte auf jeden Fall darauf, dass du möglichst konservativ Pegelsball bei der, wenn es darauf ankommt, dann wird er im Zweifel doch noch den ein oder anderen Peak rausholen, der dann vielleicht doch nochmal über die minus 12 oder vielleicht sogar in Richtung 0 dB reinschießt. Ich setze jetzt hier nochmal kurz auf 0. Dann gucken wir mal, dass wir meinen Peak so ungefähr in diesem Bereich setzen hier. Hey, hey! Und du siehst schon, dass ich hier mit den Aussteuerungen zu hoch bin. Also greife ich hier zu meinem Interface und regele den hier einfach mal runter und wir gucken mal parallel, dass wir das hinkriegen. Hey, 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 hey! Versagt mir schon die Stimme. Aber du siehst, wir haben jetzt ungefähr den Pegel eingestellt, mit dem ich dann an diese Stelle käme. Ungefähr, weil ich jetzt in der normalen Sprechstimme natürlich deutlich leiser bin, aber mit den lauten Pegelspitzen, hey, bei minus ungefähr minus 12 dB rauskäme. Also schön konservativ eingepegelt und damit sollten wir jetzt aber auch wirklich überhaupt gar keine Probleme bei der Aufnahme bekommen, um hier irgendwelche digitalen Verzerrungen uns einzufangen. Also ungefähr in dem Bereich minus 12 bis minus 9 dB, dann hast du genügend Platz oben raus und dann passiert dir auch wirklich bei der Aufnahme nichts Schlimmes, keine Verzerrung, gar nichts. Das sollte nicht das Problem sein. Wenn du ein Mikrofon haben solltest, das einen relativ geringen Output hat, also zum Beispiel ein dynamisches Mikrofon. Es gibt dynamische Mikrofone, die haben relativ wenig Output. Da muss man dann am Preamp, am Vorverstärker, muss man dann schon einiges nachregeln. Ich habe jetzt eher zurück geregelt, aber dann muss man schon einiges nachregeln und kommt dann oft mit dem Regler hier, von diesem günstigen Preamp, in dieses letzte Viertel rein, in das letzte Viertel vom Regelweg. Das solltest du tunlichst vermeiden, denn gerade die günstigen Audio-Interfaces und vor allem die mit USB-Anschluss ohne zusätzliche Stromversorgung, du siehst hier geht nur das USB-Kabel rein, die haben ein begrenztes Strompotenzial, mit dem sie arbeiten können. Sie müssen ja meistens noch eine Phantomspeisung hier erzeugen, um das Mikrofon anzutreiben und dann auch noch die beiden Preamps und noch den Kopfhörerverstärker antreiben. Mit anderen Worten, es ist nicht so viel Strom da, um wirklich hochwertige Preamps zu betreiben. Will sagen, das letzte Viertel vom Regelweg hier vom Preamp ist in der Regel der Bereich, in dem du dir auch eine ganze Menge Rauschen einfangen kannst. Mit anderen Worten, vermeide, wenn es eben geht, das letzte Viertel am Preamp und nimm dann lieber ein bisschen leiser auf. Dann kannst du besser das Playback ein kleines bisschen runterregeln und dafür sorgen, dass die Musik ein bisschen leiser ist, damit du das ein bisschen bei der Aufnahme besser auspegeln kannst zwischen der aufzunehmenden Stimme und dem Playback, was der Sänger auf dem Ohr hat. Aber vermeide, wenn es eben geht, das letzte Viertel bei dem Preamp. Wir reden jetzt nicht über hochwertige Preamps, wie die hier separat eingebaut sind. Hier zum Beispiel mein 1073, den ich hier habe. Da kannst du durchaus in den oberen Bereich reingehen, da passiert überhaupt gar nichts. Aber speziell bei diesen günstigen USB-Audio Interfaces mit eingebauten Preamps, da solltest du das letzte Viertel auf jeden Fall vermeiden. Ich rede jetzt nicht speziell von dem Focusrite, denn das Focusrite hat eigentlich relativ gute Preamps, aber auch hier ist natürlich das Strombudget relativ begrenzt und dementsprechend macht es hier eher Sinn, nicht in diesen Bereich reinzukommen. Ich habe das Focusrite übrigens beispielhaft hier genommen, unter anderem aber auch deswegen, weil du so eins gewinnen kannst. Ich habe ja aktuell bei mir den Remix Contest am Start und da kannst du hier ein komplettes Scarlett 2i2 auch gewinnen. Ich habe noch andere Gewinne ausgelotet, falls du dich dafür interessierst, für den Remix Wettbewerb. Dann kann ich dir hier oben nochmal ein Video einblenden, kannst nochmal reinschauen und vielleicht sogar noch mitmalen. Ein seiner Schluss ist jedenfalls der 18.06.2020. Wenn du dieses Video danach sehen solltest, guck auch in das Video rein. War auf jeden Fall spannend, das was wir da gemacht haben. Audio Interfaces, wie gesagt, die Preamps davon bitte nicht ins letzte Viertel Regelweg reinfahren, denn da ist ganz viel Rauschen vertreten und da kannst du dir dann eine Aufnahme, auch wenn sie dann noch sauber, zumindest ohne Übersteuerung reinkommt in den Preamp, dann doch noch ein kleines bisschen versauen, indem du dir einfach einen höheren Rauschpegel durch den Vorverstärker reinfährst. Wenn dein Mikrofon viel zu wenig Output haben sollte, und das ist Tipp Nr. 4, wenn dein Mikrofon zu wenig Output haben sollte, dann gibt es natürlich auch Hilfsmittel. Es gibt zum Beispiel von Triton Audio den Fethead, das ist so ein kleiner Zwischenschaltadapter, mache ich hier mal ein Foto rein, kannst du mal gucken, der kostet ungefähr 80 Euro und er hebt mit seinem hochwertigen Class A Verstärker, hebt er das ganze Mikrosignal mal direkt charmant um 27 dB an und leitet sogar noch die Phantomspeisung durch. Das heißt, hast du ein ausgangsschwaches Mikro, das du aber unbedingt benutzen möchtest, mein altes U87 zum Beispiel wäre ein Kandidat dafür oder das SM7B von Schuhe ist auch so ein Kandidat dafür oder das RE20 von Electro Voice. Zwei dynamische und ein etwas älteres Kondensatormikrofon. Die drei haben Probleme mit dem Output, da muss ich am Preamp immer mächtig regeln. Das geht mit den hochwertigen Preamps, die ich hier habe, ganz gut, aber an den günstigen Preamps müsste ich nachregeln. Und da hilft dir dann dieser kleine Adapter von Triton Audio, der Fethead, und regelt dann tatsächlich, holt er sich aus der Phantomspeisung ein bisschen Strom raus, macht das ganze Signal um 27 dB lauter und damit solltest du überhaupt gar kein Problem mehr mit Rauschen bekommen, selbst wenn du einen relativ günstigen Preamp hast. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, auch mit günstigen Preamps. Bevor du dir einen echten externen Preamp kaufst, kannst du dir durchaus so ein Fethead kaufen und da kannst du schon einiges an Qualität auf jeden Fall reinholen. Bei der Aufnahme dann mit den Pegeln, wenn du dir nicht zu sicher bist, welchen Pegel du jetzt aufnehmen solltest oder dein Sänger unfassbar dynamisch oder die Sängerin natürlich unfassbar dynamisch ist, der Song das wirklich hergibt und er möchte den von vorne bis hinten durchsingen und hat aber sehr laute Passagen und sehr leise Passagen, dann hilft es unter anderem auch das Signal einfach aufzusplitten. Mit anderen Worten, du nimmst das Mikrofonsignal und schickst es zum Beispiel durch so einen Splitter wie diesen hier von Radial. Der Pro MS-2, den habe ich jetzt gerade auch dazwischen geschaltet. Du siehst, hier geht mein Mikrofon rein, was du hier gerade hörst und es geht mit dem einen Kabel hier auf meine DRW, mit der ich das aufzeichne für das Video und mit dem anderen Kabel geht es hier auf das Audiointerface und kann dann hier auch aufgenommen werden. Mit anderen Worten, ich habe jetzt die Möglichkeit, das Signal zweimal aufzunehmen und wenn du das auch machen möchtest, dann kannst du das natürlich zum Beispiel bei dem Interface hier machen, dass du das einfach mit dem Splitter aufteilst, in den einen Eingang ein bisschen heißer aufnimmst, in dem anderen ein bisschen konservativer, ein bisschen mehr runterregelst und dann die beiden Kanäle bei jeder Performance zusammen aufnimmst. Hat den großen Vorteil, wenn der Sänger dann doch mal so richtig ausflippen sollte oder die Sängerin und haut mal so richtig einen raus und der normale Kanal übersteuert, dann hast du als Backup, als Reserve immer noch den anderen Kanal, mit dem du ja konservativer gepegelt hast und hast da überhaupt kein Problem, kannst dann im Zweifel bei der verzehrten Stelle auf dem einen Kanal ausweichen auf den anderen und dir da einen Schnipsel rausklauen und hast damit immer eine saubere Aufnahme, immer ganz auf Nummer sicher, indem du dir mit dem Splitter einfach die Möglichkeit verschafft hast, das Signal zweimal aufzunehmen. Jetzt trinke ich kurz ein Schlückchen, habe ich ja letzte Woche gesagt, trinken nicht unterschätzen. Und guck mal kurz auf meinen Zettel, was der nächste Punkt ist. Genau. Prefader Metering sagt dir nichts. Prefader Metering hilft dir dabei, deine Aufnahme zu kontrollieren, wenn du alleine im Studio bist. Wenn du also deine Stimme selber aufnimmst und dann eine Testaufnahme gemacht hast, dann kontrollierst du natürlich sicherlich deine Aufnahme auch in der DRW und wir gehen mal kurz rüber. Du hast dann also eine Testaufnahme gemacht. Sagen wir mal, ich gebe hier mal ein bisschen mehr Pegel drauf und wir nehmen einfach mal eine Aufnahme kurz hier auf. Machen wir kurz Aufnahme. Und ich spreche mal kurz richtig laut hier rein und habe hier mal volle Pulle Spaß, indem ich hier mal so richtig Input einkomme. Nein, hören wir mal auf. Du kontrollierst also deine Aufnahme hier an dieser Stelle und guckst hier, ob hier Übersteuerung sein soll. Es kann ja durchaus passieren, dass deine Aufnahme gut ausgesteuert ist. So knapp hier am Rand hier. Und du würdest dann gerne über den Meter hier mal gucken, wie weit die tatsächlich aussteuert. Der zeigt ja jetzt, wenn ich das hier mal abspiele, zeigt er dir an, wie das ausgesteuert ist. Und du siehst schon, die Peaks gehen jetzt hier so langsam an die Null ran. Wenn du jetzt eine Übersteuerung hier haben solltest, würde er dir das in der Regel anzeigen. Wenn du aber aus Versehen hier diesen Fader ein bisschen runtergeschubst hast, du merkst das oft gar nicht, sondern nur ein kleines bisschen verstellt hast. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Fader um knapp 3 dB runtergestellt. Dann würde er dir das Signal anzeigen, was hinter dem Fader anliegt. Das heißt, das Mietering hier an der Stelle zeigt dir jetzt hier einen völlig konservativen und ruhigen Pegel an. Überhaupt keine Probleme. Und das liegt einfach daran, dass das Mieter die Anzeige jetzt quasi das Signal hinter dem Fader anzeigt. Eine Übersteuerung würdest du quasi nicht sehen. Mit anderen Worten, wenn du das überprüfen solltest, dann stell sicher, dass du in deiner DRW, ich klicke hier mal mit der rechten Maustaste drauf, damit du das hier sehen kannst, ich klicke mit der rechten Maustaste hier auf den Mieter selbst drauf und kann dann hier unten Pre-Fader Metering auswählen. Pre-Fader Metering, übersetzt heißt das vor dem Fader messen. Das heißt, es wird gemessen vor dem Fader. Und wenn du das aktivierst, dann zeigt das Mieter hier an, egal ob der Fader unten ist oder oben, zeigt er an, welcher Pegel hier tatsächlich am Start ist. Und das ist hier in diesem Fall jetzt eine Aussteuerung, die jetzt hier schon an die Null auf jeden Fall rangeht. Wie du siehst, war in dem Fall jetzt noch keine Übersteuerung dabei. Aber wenn du dein Material selber überprüfen möchtest, später am Mieter hier auch noch mal nachmessen möchtest, dann solltest du Pre-Fader Metering auf jeden Fall aktiviert haben, damit du hier kein Problem hast und jetzt hier nicht darauf reinfällst, dass du aus Versehen den Fader ein bisschen verschubst und denkst, die Aufnahme ist sauber. Und dann später stellst du fest, die war überhaupt nicht sauber. Ich habe nur aus Versehen den Fader verschoben und konnte das gar nicht sehen, wenn du es also nicht akustisch überprüft hast. Also Pre-Fader Metering auf jeden Fall aktivieren. Und wenn wir dann zur Aufnahme selber kommen, ist es natürlich wichtig, dass das Talent, sei es du, der Rapper, der Sänger, dass ihr euch gut hören könnt an der Stelle, die Sängerin natürlich auch. Wenn ich Sänger sage, dann meine ich Sänger, Sängerin. Ist ein bisschen müßig, da die ganze Zeit zwischen zu unterscheiden. Das Talent, sagen wir einfach mal. Das Talent, die Talentin vor dem Mikro, dass sie sich gut hören können. Und damit man sich gut hören kann, ist es natürlich gut, dass man sein Signal möglichst direkt hört. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du was aufnimmst, dass das Signal aus dem Mikro, durch das Interface, hier raus, durch den Wandler, über das USB-Kabel, in den Rechner, von da aus wieder raus, wieder zurück, hier wieder zurück, kommt über den Kopfhörerverstärker auf dein Ohr, dass dabei der Strom jetzt nicht direkt eins zu eins durchfließt, sondern eine kleine gewisse Strecke hinter sich lässt und dass da auch noch der Rechner ein bisschen rechnen muss, dass dabei Zeit vergeht. Mit anderen Worten, du sinkst, das Material, was du sinkst, geht einmal durch den Rechner komplett durch und kommt wieder zurück und kommt ungefähr 10, 15, 20 Millisekunden teilweise später an deinem Ohr wieder an. Das ist natürlich blöd, weil das kannst du nämlich direkt hören. Du hast Kopfresonanz, du hörst deine eigene Stimme und ungefähr 15 Millisekunden später die Stimme, die aus dem Rechner kommt. Es gibt Phasenverschiebungen. Das Ganze klingt, als wenn du irgendwie, als wenn du eine Schüssel über den Kopf gestülpt hast oder einen Eimer über den Kopf gestülpt hast. Nicht wirklich sehr angenehm. Wohl dem, der ein Audiointerface hat, das eine Direct Monitoring-Funktion hat. Mit Direct Monitoring, das Signal, wird quasi hier im Interface noch am Mikrofon abgegriffen und direkt auf den Kopfhörerausgang rausgegeben. Mit anderen Worten, das Signal geht zwar in den Rechner, das, was du aber hörst, wenn du Direct Monitoring aktivierst, bei diesem Interface ist das jetzt hier dieser Schalter. Muss ich mal kurz gucken hier, welcher das ist. Dieser hier. Und wenn du den aktivierst, dann hörst du dein Signal direkt hier. Kannst hier noch das Verhältnis zwischen der Musik aus der DRW und dem Direktsignal regeln und kannst dich so bestens hören. Sollte das Signal dann zu leise sein, weil du vielleicht das Playback zu leise machen musst. Dann musst du hier entweder nochmal einen Kopfhörerverstärker nachschalten, den du dann hierüber anschließen kannst. Aber auf jeden Fall sicherstellen, dass du per Direct Monitoring das direkte Signal hören kannst. Denn dann erst kannst du deine Stimme wirklich sauber kontrollieren und kannst wirklich sicherstellen, dass du deine Stimme so gut hörst, damit du auch die bestmögliche Performance abgeben kannst. Das ist bei den günstigen Audiointerfaces natürlich eine tolle Funktion, dieses Direct Monitoring. Und auch bei USB-Mikrofonen sollte das immer enthalten sein, dass du also das direkte Monitoring-Signal hören kannst, weil diese Verzögerung, die kann einen schon wahnsinnig machen. Also ich persönlich finde es furchtbar unangenehm, wenn ich die Stimme, die ich spreche, 10-15 Millisekunden später nochmal höre. Da kann ich mich nicht wirklich darauf konzentrieren, was ich tatsächlich mache. Und das Timing leidet dann meistens auch noch darunter. Die Luxus-Variante ist natürlich direkt mit einem richtig geilen Sound aufzunehmen. Die geht mit solchen USB-Interfaces heutzutage noch nicht, möchte ich sagen. Womit es aber geht, sind natürlich die teureren Interfaces wie zum Beispiel die Universal Audio Apollo, die ich hier habe. Bei der Apollo ist es so, dass du da tatsächlich Plugins während der Aufnahme direkt auf das Signal schicken kannst und die quasi ohne Latenz direkt wieder auf dem Ohr hören kannst. Und das Geile ist, dass sie dabei noch nicht mal aufgenommen werden. Mit anderen Worten, ich zeige dir das mal in der DAW. Hier drüben, das ist jetzt der Mixer von der Apollo. Und du siehst hier meine Vocal-Kette steht hier schon. Ich habe hier am Eingang einen 1073 von Neve als Preamp. Dann habe ich einen API 560 als Equalizer reingeschaltet. Einen Kompressor, der das ganze Signal komprimiert. Und dann noch einen Limiter, der es so richtig schön laut macht und dafür sorgt, dass ich so einen richtig geilen, hochprofessionellen Sound schon am Ohr habe. Das Ganze kann dann quasi als Monitoring, also als bearbeitetes Monitoring-Signal direkt auf mein Ohr geschickt werden. Deswegen ist hier UAD-Monitor geklickt auf der rechten Seite und wird gleichzeitig völlig unbearbeitet in der DAW aufgenommen. Sehr, sehr praktisch. Denn ich habe auf dem Ohr den hochprozessierten, komprimierten Sound, der so richtig laut gemacht ist und so richtig schon nach Welthitz-Sigel-Stimme klingt. Und auf der anderen Seite wird das völlig unbehandelte Material in der DAW aufgenommen. Wirklich großer Luxus. Das geht mit der Apollo auf jeden Fall. Es geht mit anderen Interfaces auch. Ich weiß aber nicht genau, mit welchen. Falls du es weißt, dann schreib doch mal gerne in die Kommentare rein, mit welchem Interface man tatsächlich auch solche Spielchen machen kann, dass man sich den Sound perfekt aufs Ohr geben kann und trotzdem die unbearbeitete Variante auf der Festplatte landet. Also, mein Tipp, wenn du die Möglichkeit hast, einen vollprozessierten Sound dir oder dem Talent aufs Ohr zu geben, der schon so richtig nach Welthit-Vocals klingt, dann mach das. Denn die Performance wird definitiv besser sein. Man hört sich besser. Man hört sich in leisen wie in lauten Stellen besser. Und es hilft einfach nur dafür zu sorgen, dass die Performance tatsächlich die bestmögliche ist, die das Talent abliefern kann. Das geht aber, wie gesagt, nur mit diesen wirklich höherwertigen Audio-Interfaces. Es sei denn, du hast natürlich einen Splitter. Tata, du siehst schon eine kleine Wunderwaffe, die es gerät. Greifst hier nochmal das Signal ab und nutzt dann eine separate Kette nochmal, wie zum Beispiel diesen günstigen Preamp, der auch einen Preamp drin eingebaut hat, einen Kompressor, einen Equalizer und schickst das separat auf den Kopfhörer-Monitor. Das kann man natürlich auch machen. Man kann natürlich auch das Signal nochmal parallel abgreifen, über den Splitter separat bearbeiten und dann auch das unbearbeitete Signal aus dem Splitter rausschicken, aufnehmen und für den Monitor-Mix auf dem Ohr dann nochmal einen separaten Mix machen. Das ist natürlich auch eine Luxus-Variante und so ein kleiner Preamp wie der Yomi, hier zum Beispiel, den gibt es gebraucht. Gibt es den bei Ebay, YouTube wollte ich gerade sagen, bei Ebay gibt es den auch schon für 150 Euro. Definitiv eine gute Investition, wobei mit dem könnte man sogar auch eine gute Aufnahme machen. Wenn man ein USB-Audio Interface hat, kann man den natürlich auch vorschalten. Aber das nur zum Thema Monitoring, also mit bestmöglichem Sound aufnehmen, ist auf jeden Fall großer Luxus. Wenn du dann wirklich so einen perfekten Sound auf dem Ohr hast, holst du aus dem Talent dann auch auf jeden Fall das Beste raus, was du rausholen kannst. Wenn du mit dem Gedanken spielen solltest, schon mit Kompressor und Equalizer aufzunehmen, ich habe ja gerade im Monitoring gezeigt, dass ich für meinen Mix, den ich mir aufs Ohr gebe, dass ich da Kompressor, Equalizer und Limiter schon drauf habe, um das Signal laut zu machen, aber das wird nicht aufgenommen. Falls du mit dem Gedanken spielen solltest, schon mit Equalizer und Kompressor aufzunehmen, falls du vielleicht einen Preamp hast, wie zum Beispiel den 6176 von Universal Audio, den ich hier hinter mir stehen habe, dann solltest du, und das ist mein nächster Tipp, solltest du wissen, was du tust. Wenn du also mit einem Kompressor und Equalizer auf dem Signal schon aufnimmst, dann ist es ganz wichtig, dass du wirklich weißt, was du tust, denn wenn du damit rumtüftelst, kann es durchaus passieren, und wenn du dich vor allem nicht sicher fühlst bei der ganzen Sache, dann kann es durchaus passieren, dass du den Sound schon so stark vorkomprimierst und mit dem Equalizer vielleicht ein bisschen zu viel Höhen reindrehst, sodass du es quasi in der Nachbearbeitung nicht wieder beheben kannst. Das wäre natürlich doof. Du hast den Take des Jahres aufgenommen oder des Jahrhunderts, hast aber leider den Kompressor nicht ganz sauber eingestellt, sodass das Signal von daher schon fast zerstört ist. Wohl dem natürlich, da kommen wir schon wieder zum Splitter, der mit einem Splitter aufnimmt und das Signal einmal auf den Preamp schickt und einmal unbearbeitet aufnimmt, gibt es natürlich die Möglichkeit, wieder mit dem Splitter aufzunehmen. Du merkst schon, das ist so ein kleines Backup für jede Situation, dieser Splitter. Ein guter Tipp, eigentlich sollte ich vielleicht auch häufiger mal einsetzen. Auf jeden Fall ist es so, dass du, wenn du mit Kompressor, Equalizer oder irgendwelchen anderen Effekten aufnimmst, dir entweder total sicher bist, dass du genau diesen Sound willst und keinen anderen, denn du kannst ihn ja später nicht ändern, oder aber mit einem Backup arbeiten über den Splitter oder es aber einfach lassen und einfach ganz clean aufnehmen und die Bearbeitung des Sounds erst später zu machen. Kommen wir zum letzten Tipp zu Nr. 10 oder in diesem Fall Nr. 20, wenn ich den ersten Teil und den zweiten zusammenziehe und das ist die Aufnahme selber, die du machst. Denn die Aufnahme vom Talent ist natürlich auch nicht immer fehlerfrei. Mit anderen Worten, es ist sehr, sehr hilfreich, mit der Comping-Technologie aufzunehmen. Das bedeutet, wenn du einen Take aufnimmst, normalerweise nimmt man erstmal den Song komplett von vorne bis hinten auf, damit man überhaupt weiß, worüber man redet und wenn du dann im nächsten Schritt entscheidest, jede Stelle nochmal einzeln aufzunehmen, empfiehlt es sich, da jeweils einen Loop anzusetzen. Du möchtest die erste Strophe aufnehmen, dann mach einen Loop vom ersten Takt bis zum letzten Takt von dieser Strophe und dann lass den einfach 5, 6, 7 Mal durchlaufen und der Sänger, die Sängerin, der Rapper, die Rapperin, Rapperin, wow, Englisch, können dann ihren Take 5, 6 Mal hintereinander einrappen und du kannst dann später mit der Comping-Methode dafür sorgen, dass du dir aus diesen 5 oder 6 verschiedenen Takes dann den besten zusammenklicken kannst. Falls du nicht weißt, was Comping ist und wie es funktioniert, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, das kann ich dir hier mal einblenden und dann kannst du mal reinschauen, was da genau dahinter steckt und wie man damit dafür sorgen kann, dass man den bestmöglichen Take ever aufnehmen kann. Die Comping-Technologie also, nimm in Loops auf und sorg dafür, dass du die Takes dann möglichst häufig hintereinander aufnimmst. Wenn du es fehlerfrei nicht nach 5 oder 6 Mal hinkriegst, dann sollte es vielleicht doch Sinn machen, dass das Talent vielleicht nochmal ein kleines bisschen übt oder den Text nochmal lernt oder vielleicht nochmal nach Hause fährt und ein kleines bisschen mehr Schmalz reinsteckt. Wenn du aber experimentieren möchtest und einfach mal ein bisschen herausfinden möchtest, was so alles geht mit den Takes, dann auf jeden Fall schön im Loop aufnehmen, per Comps dann alles zusammenstellen und dann später in der Nachbearbeitung dafür sorgen, dass du den bestmöglichen Take hast, den du für diesen Song auf jeden Fall aufnehmen konntest. Comping für den perfekten Take und damit sind diese 20 Tipps abgeschlossen. Ich habe noch eine Liste mit weiteren 10 Tipps drauf, die ich jetzt aber hier nicht mehr eingebaut habe und falls du auch noch etwas hier vermisst haben solltest, dann schreib es doch gerne unten in die Kommentare und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht ein kleines Addendum, eine kleine Zusatzfolge vielleicht noch machen mit den mit den mysteriösen verschollenen Tipps zum Vocals aufnehmen. Können wir vielleicht nochmal eine verschollene Folge machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Kommentare unter dem Video. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, zweimal Daumen nach unten und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassu!